Jetzt bricht der Weltstar Cristiano Ronaldo in Tränen aus. Er hat alles, was sich ein Fußballer nur wünschen kann. Er ist einer der teuersten Spieler der Welt und bringt seinem Verein tolle Rekorde und viele Tore. Doch all das kann Cristianos Vater nicht miterleben, denn er ist leider von uns gegangen. Nachdem ein Journalist Ronaldo ein Video zeigt, bricht Ronaldo in Tränen aus. Er sagt, ich habe das Video nie gesehen. Später, nachdem er sich beruhigt hat, fügt er hinzu, die Nummer 1 zu sein und er sieht nichts davon. Er sieht nicht all die Preise, die ich bekommen habe. Er sieht nicht, was aus mir geworden ist, wie bedeutend ich geworden bin. Der Verlust einer Person, die man geliebt hat, ist nicht einfach zu bewältigen. Ich wünsche Ronaldo von Herzem alles, alles Gute. Wie habt ihr euch gefühlt, als ihr ihn weinen gesehen habt? Und was hättet ihr in so einer Situation getan? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar und seid auch beim nächsten Mal dabei. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dann und danke fürs Dranbleiben.